A4 To the game Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dasgau-Kanal Und heute zum M415 Let's Play Parade 21 Moritz Mach mal die Tür zu, ok? Was machst du denn, Moritz? Äh 6 So Einstieg in die Reihe So, die Testspiele habe ich allesamt gewonnen Letzte Woche gehen wir rum Das hier noch nicht Gehen wir jetzt rüber, ja? So, ok Ich habe hier Gucken wir mal kurz in den Posteingang Und zwar Neymar Ich habe hier Neymar ein Angebot hier vorbereitet Ich habe ein neues Angebot vorbereitet Mal sehen, ob der dann annimmt Und Christoph Kramer habe ich auch ein Angebot vorbereitet Mal sehen, ob der dann annimmt So, aktiviert, oder? Ne Ah, ich habe schon gemacht Und von Deutschland habe ich immer noch kein Angebot bekommen Also Neymar und Moritz Oh Und Christoph Kramer Verpflichte ich vielleicht bald Und heute geht es gegen Hannover Ah ja, ich habe hier Arjen Robben verkauft noch Bei Leon Disky hat hier leider immer noch keiner Ein Angebot vorbereitet Leider Weil dann will ich ja verkaufen Green Green Er tut den Green rein Erstmal hier auch Tilago kommt an Stimmt's Moritz? Ne, nass Stimmt's? Ja Komm gleich wieder Komm gleich wieder So, Pratia Anso Und Lahm Gegen Moritz Bist du für einer? Bist du für einer? Bist du für einer? So Okay Also Profi-Ring für Minuten Live von den FAB Gegen Hannover Genau Hören wir jetzt auf Moritz Schluss Galten Galten Geh doch mal weg jetzt Mensch Mein Gott Moritz ist doch Kamera runtergeschmissen Jetzt ist doch Gott sei Dank weg Der erste Spiel gegen Hannover Im ersten Spiel der neuen Saison Diesmal bin ich nämlich auch hier in der Champions League Mit dabei Das erste Spiel finde ich ja immer am wichtigsten So Okay, Götze Lewandowski Ja, da verliert sowieso wieder Weil Ne Oh, der kämpft Krass So, Müller Der verliert den Ball Ne, seht ihr? Scheiße Äh Im Gegenteil überzeugt Aber gar nicht Trotz Real Madrid hat mir übrigens hier 82 Millionen für Robben gegeben Also Deswegen will ich Neymar verpflichten Und Christoph Kramer Weil 82 Millionen, da konnte ich nie widerstehen Aber das ist doch was Und ähm 95 Millionen wollte Barcelona mir für Müller geben Aber Müller ist für mich unbezahlbar Aber 95 Millionen Ach, Alter Trotzdem Müller kann ich nie weggeben Er ist mein Lieblingsspieler Und zweitens ist der unbezahlbar So Ribery Da kann ich nicht backen So den brauche ich Das erste Tor in der neuen Saison Frank Ribery Macht das 1 zu 0 Freut mich Ribery macht das Tor Permanent Yes Okay So Schweinsteuer jetzt Hat der Leiter der FC Bayern verlassen Leiter Gottes So Katze Katze Oh shit War schon nochmal aus Im Ende des Videos kann ich ja nochmal zeigen Ob Neymar hier Ah hier So gestimmt hat Und Christoph Kramer Ich kann ja aus 18 Minuten Ich glaube 18 Minuten Keine Ahnung aufnehmen Ja Götze Gott der Scheiß Ja das gefallen hat er wieder bald seht ihr ja Gabriel 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 doch steht im Tv so jetzt mal am Ball macht das Tor jungen shit shit 40 minuten okay Alaba, will abwehren Schafft er, schafft er es nicht Alaba Götze, will abwehren Schafft er es, schafft er es nicht Götze, unbezahlbar Scheiße Hummels abgewert Oh nein Christoph Kramer ist nämlich auch ein sehr guter Abwehrspieler Also bei 4.15 ist er echt gut Hat es das? So Im ersten Spiel werde ich jetzt hier nicht einwechseln Ich wollte nicht wissen, ob Neymar und Christoph Kramer zugestimmt hat So Respekt Kleiner Respekt Müller Abseits War klar 52 Minuten 1 zu 0 Weinsteiger Alle aus der Reis Müller Müller Januski Januski Scheiße 60 Minuten Gleich Mit knappen Stunden Müller 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 Fit So Rebarie Anfall Scheiße Abwehren Boah Ernsthaft Der perfekte Scheiß Ernst Boah Pinken will abwehren Und schafft er Boah Hallo Thiago Müller 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 Am Ball Bäm Scheiße Eckball Ernsthaft Katze Ernsthaft So Der Regen Seher Folgen 11 Minute Schweinsteiger. Sehr gut abgewährt. Ernsthaft. Und der und das Kiebe kann man wieder nicht richtig backen. Deshalb verkaufe ich den, weil er nicht backen kann. Ernsthaft. Das Spiel läuft jetzt gar nicht weiter? Nee. Ach, es ist wie nur der gleich. So Müller. Fuck. Oh, ist der gut aufgemacht von Müller. Und jetzt abwehren. Eppel? Ja, ne? Oder? Nee. Gott sei Dank. So. Wenn man das geht. Seht ihr, er kann überhaupt nicht backen. Seht ihr, wie langsam er ist? Oh. Alter. Denne ich nicht mal an. Dieser Idiot. Ey, der Idiot. Hä? Sowieso gleich Schluss. Ja, komm. Kann das sein, dass die... Das Ecken schlusser... Ah! Wer kam mit jetzt? 1 zu 0 gewonnen im ersten Spiel. Wichtige drei Punkte. Und ich bin schon gespannt wegen Neymar und Christoph Kramer. So. Dortmund. Gewonnen. Damit sind die auf jeden Fall schon mal vor mir. So. Wer... Welcher Platz? Fünfter. Okay, damit kann ich leben. Im ersten Spiel war ich ja bloß 1 zu 0 gewonnen ab. So. Und... Abgelehnt. Boah. Nein! Klebband gehen wir ja gerade wieder ab. Ja. Mache ich mal essenzieller Stammspieler. Oder... Künftiger Stammspieler. Genau. Damit klappt das mir vielleicht. So. Neymar. Ne, das war vor kurzem. Okay. Dann. Jetzt müssen wir uns mal wieder überraschen. Akzeptiert. Hey. Und damit ist Neymar beim FC Bayern. Neue Verflüchtung. Und damit Lewandowski, tschüss mit dir. Und da kommt Neymar hin. Natürlich, wenn das gehe aufwechslung. Neymar ist verflüchtet worden. Das müssen wir uns mal überraschen wegen Christoph Kramer. Neymar. Entschuldigung. Neymar. Boah. So. Abgelehnt. Boah. Ist der bekloppt oder was? Jetzt reicht's mir. Neymar. Auf jeden Fall Neymar ist erstmal. Verflüchtet. Gott. Dank. Das ist noch von Forms. Ok, dann beim nächsten Mal geht es gegen Markus Kuckern, Kalender, gegen Köln, oh Dupen ist erst vorletztes Spiel im Dezember, ok?